Ja, was seid ihr? Fresche Banane, wir haben doch nachsitzen! Ich bin aber noch ganz dreckig, Rick! Man, deinen Bananensaft kannst du doch später aufwaschen! Wir haben nachsitzen, wir kriegen Ärger! Oh, verdammte! Herr Lehrer! Wieso müssen wir nachsitzen so einen Cracky haben? Herr Lehrer, ich hab keine Unterhose an! Ich hab keine Unterhose an! Herr Lehrer, nicht gucken! Das ist ganz... Wir nicht gucken, Cracky! Die Fresche Banane hat untenrum nichts an! Nicht den Bananensaft anklotzen! Nein, das geht nicht ganz so gut! Ich hab so viel Schatz von Frauen gesehen, das wird jetzt nicht so schlimm sein! Die Fresche Banane ist keine Frau! Und zieh dir was anderes an! Aber... Das ist doch keine Frau! Ich hab was vernünftiges an! Und du hast recht! Ich hab was vernünftiges an! So, Fresche Banane, ich glaub... Ja, komm, Fresche Banane, dann... Geh mal unter... ohne Unterhose an! Ich seh euch im Schatten! Im Schimmi auch! Oh, Fresche Banane, komm, wir haben jetzt hier nachsitzen bei Cracky, Alter! Oh nein! Sheesh! 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 Oh, sheesh! Da seid ihr endlich! Da seid ihr endlich! Komm, wir lassen uns hinsetzen! Ja, wir lassen uns mal hin! Nein! Nein! Ihr steht! Oh, sheesh! Ihr steht, ihr habt's nicht verdient! Okay, Cracky darfst dann noch ein bisschen hier... Schön hinstellen! Sabber! Sag noch ein Wund! Ganz ruhig, Cracky! Ganz ruhig! Ihr macht eure Aufgaben! Wir haben aber keine Aufgaben! Welche Aufgaben, Cracky? Dann schreibt mir einen tausend Seiten... Wir haben nichts Aufgaben! Tausend Wörter! Schreibt mir einen Aufsatz ta... über ta... mit tausend Wörtern über... wie schön ich bin! Scheiße! Ich hab kein Papier mit Rick! Und meine Arschritze hat keinen Stift mehr drin! Was mach ich? Verdammt! Ich guck mal, ob ich was in meine Arschritze habe! Ich kann nicht schreiben! Oh! Oh Gott! Ich kann... Du... Du hast kleine Finger! Kannst mal ein bisschen bisschen fühlen hier in meine Arschritze? Vielleicht ist da noch was? Warte, warte! Komm, jetzt greif mal richtig rein! Scheiße! Rick! Sie ist leer! Sie ist leer! Deine Arschritze, sie ist leer! Fuck! Sie können nicht schreiben! Ganz ruhig, Cracky! Alles gut! Cracky, alles gut! Hey! Zeig mir! Chill dein Crack, Cracky! Chill dein Crack! Ey, Kollege! Cracky! Ey, Cracky, Mann! Was? Satz des Pythagoras! Auswendig! Sofort! Sofort! A² plus B² gleich C² Satz des Pythagoras, Alter! Ich hab seine Mutter gefickt! Cracky kommt gar nicht zurück! Ich muss noch richtig fett meinen Bananensaft ablassen! Kommst du mit? Auf den Pott? Schnell auf den Pott! Let's go! Okay, komm, 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 komm! Let's go, frische Banane auf den Pott! Ah, hier! Männliche Pots! Männliche Pots! Ui! Wo ist denn hier noch? WTF?! Was machen sie denn hier?! Was ist das denn?! Hallo?! Haha! Ich hab ein Pott euch! Ja, Rick, ich hab ein Pott euch! Da stehen sie gerade aber drauf! Mein Gott, sie haben echt einen mies dicken Schwabbel! Holy Shit! Ich hab ein Pott euch und mein Pott sich doch! Kommt in, Follows! Es kommt! Es kommt! Es kommt! Es kommt! Kommt es? Was macht ihr? Ich weiß es nicht! Oh Gott! Oh Gott! Oh! 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 Ich finde die Zahl! Es kommt hier nicht rein! Ich glaube.. Es passt hier nicht durch! Zum Glück, Alter! Holy Shit! Und hoffentlich sieht тебя Cracky das nicht in der Tür alter! Der wird sonst ihn abstechen! Dann wird der ihn mies von hinten mit dem Messer Arsch-Buch ergeben. Heger, ich muss kurz nochmal diese Bubi anfassen! Oh! ! Wirklich? Boah! Ah, mal Finger reinstecken da Oh mein Gott, oi Du kannst hier nicht rein Alles besser abhören, bevor wir hier noch Arschbauer geben Äh, aber nicht hier rein Oh mein Gott Siehst du hast, ihr Bauch ist grad gewachsen Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! 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 Was war das? Äh, das... Cracky ganz ruhig Cracky ganz ruhig, wir haben damit nichts zu tun Ihr noch nicht! Ihr noch nicht! Ich hab nichts gemacht Wollen wir in der Operation starten? Aber schee, diese Nase, die ist halt chill ab Cracky, beruhig dich! Beruhig dich! Denk an deine Unterhose, die ist schon... Scheiße! Unterreichhunde! Rausch mit euch! Ich hab keinen Bock mehr eure... ...fetten Ärsche zu sehen! Soll ich dir nicht... Crack... Schisch! 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 3 Uhr 28 nachts Scheiße, frische Banane, seit wir bei Cracky nachsitze... Seit wir bei Cracky nachsitzen hatten, haben wir jetzt voll die schlechten Noten bekommen Wir müssen sie faken! Wir müssen jetzt da in die Schule rein! Wir müssen sie hier nachts einbrechen und faken unsere Noten! Wir müssen sie verändern, frische Banane! Komm, komm, komm! Ich weiß, wo das Lehrerzimmer ist, Rick! Komm, wir müssen das schaffen! Für uns! Für unsere Zukunft! Noten werden geändert! Let's go, der Zollstock! Noten werden unser sein! Jawoll! Wir werden die Noten so miesig plissig! So, ich glaube... Hier! Ja! Hier war das! Wer ist... Er denn? Oh mein Gott! Frische Banane! Lauf! 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 Lauf, 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 lauf! Wo gehst du? Fuck! Wo geh... Qubi, Qubi! Pass auf! Er ist da! Oh mein Gott! Schee! Oben! 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 Was macht der? What the fuck? Oben! Oben! Obama kriegt einen fetten... Arschbohre! Oben! 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 Ges この용 Schiisch! 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 Jetzt gibt's auch einen Fröschen Bonus! Schiisch! Schiisch! Peter, was ist das? Schiisch! Schiisch! Oh nein! Oh, ich bin schon mal gefangen in meinem Schwambe! Du bist einfach breiter als die Tür! Jetzt ja auch noch kopieren, wir finden's nicht jetzt aufm Pod. Aber den Typen finden wir jetzt aufm Pod. Wenn du bis hierhin geguckt hast, dann schreib Schiisch in die Kommentare! Das war's mit dem Video, ja, danke all meine Kanalmitglieder, haut rein, wir sehen uns bald wieder.